Musik Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cold War Ich muss überlegen, wie das Video heißt, was ich gerade aufnehme Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, habt ihr Glück oder Können? Win is win Und los geht's Ja, meine Missionzeit läuft auch Panik Warum gehe ich die denn ab? Ich habe mich gerade gehealt Nein, warum ich? Ehrlich mal, was ist du denn bei einer? Okay, wir gehen hier rein Nein, nein, nein What? Oh, von unten, nein Entschuldigung, ich will scrollen Warte, ich hole dich, Alter, ich komme Alter, der hat mir auch noch Schaden gemacht Nein, wieso ist die so schnell Die müsste eigentlich von der Granate getroffen werden, sonst hätte ich das doch nicht gemacht Das funktioniert nicht, wir liegen zurück Das funktioniert natürlich, wir liegen mich zurück Äh, hallo Das war für eben, glaube ich Schadensbericht, ein Verlust Wir sind vorbeigezogen Ne, ne, sind wir nicht Ich übe noch Nur zur Sicherheit, dass er nicht durchmarschiert Hat geklappt Die Granate sollte ihn schon zerfetzen Aber der hat doch in der selben Ecke gekämmt wie eben Äh, Kinders, wo seid ihr? Ich weiß nicht, piep's einmal Hab dich Nice, der dachte, der kann mich nageln Ey, das gibt's nicht Ich hab ihn genagelt Oh, ist das geil Ich glaube, das ist eine gute Runde Wo kommen von da meine Leute? Scheiße, mein Rücken Ja, ich weiß, ich hab nie dro... Äh, hallo? Boom All in the face Nein, warum hinter mir? Ey, und es gibt so... Du scheiße hast da gekämmt Äh, blau ist mein Abschluss Ich hab ihn viermal und nämlich zweimal Oder andersrum Mann, ey, das ist halt ein Camper Ey, immer das Camper Geh doch auf den scheiß Zeltplatz, wenn ihr campen wollt Ja, zeig dich Ah, es kommt nicht so weit Ja Yes, Baby Das ist meine Karte Meine Nass, was? Nass, nass, was? Ich will was sagen? Sag ich nass Warum sag ich nass? Wo ist er nass? Ja, ein bisschen Hab mich vor Angst eingepinkelt Warum sag ich das? Das ist meine Karte Ich hab's noch auf Black Ops 2 gezockt, ja Und ich hatte ein paar sehr gute Runden auf der Karte Ich fand sie auch geil Also gut Nein Oh, wie viele sind denn hier? Wie viele sind denn da? Zwei der drei Leute Naja, einen hab ich gekillt Und seine Karte Oh, nein Deswegen seine Samtex 4 zu 5 Ja, geht noch Das ist eine Zweierquote Alles über 1 ist gut Alles Ab 1 ist gut Ich treffe mich Was war das? Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, das ist Nippe Oh, das ist Nippe Oh, hab ich denn hingeschossen? Ruhiger, ruhiger Ey, das gibt's doch nicht Die gewinnen die Fernkämpfe Wollt ihr mich verarschen? Ja, ein 10.000 Zoom drauf Ey, das gibt's nicht Ich weiß Aber einen riesigen Zoom drauf Ey, Alter Wollt ihr mich verarschen? Ich hab das Ding hier drauf Damit kann ich auch töten Oh, sorry Sister Oder Bro Hab ich dich weggerotzt? Es ist ja nicht so, dass ich das nicht kann Was ich tue Ich bin ein bisschen Nein, nein Ich hab die scheiß Mine Ich bin ein bisschen eingerostet Wollte ich sagen Ha, ha, ha Ein Doppelkiller Glaube ich, oder? Im Schlaf erwischt Ja, natürlich Mach ich das im Schlaf Oh, scheiße Oh, ich hab ein Geschütz Halt mir auf Ich würde aber gerne das einsetzen Und hier raucht es so Ah, komm schon Ich hab Baku hat das gemacht Ich hab von hier kommt gleich jemand Ja Hä? Stelle Geschütz auf Feindliche Spionageflugzeug im Anflug Wir holen uns mit den Geschützen Kill, Geschützen, Kill, Geschützen, Kill Wir holen uns mit den Geschützen, Kill Da, 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 da Ey, komm schon Ah, ey, warum geht die Person genau dann rum? Hatte ich gesehen Ja, aber ganz kurz Und war nicht schneller als ich um die Ecke Wow Okay, die Waffe ist schneller Aber so viel schneller Ich denke mal gleich an Cheater Aber ich hab ein kleines Ego Also Oder doch ein großes Warum machen die meine Geschütze Immer so schnell platt? Ja, eine Samtex Und das Geschütze ist platt Ich weiß Ich kann das auch Wo sagt ihr in Neudeutsch Holy Shit War das knapp? Oh, ich sehe hier keinen Pass auf, wenn ich hier runterspringen Kommt jemand Und raus mit der Fernentgladung Kommt Ein bisschen Rückendeckung Danke, Bro Naja Jetzt hab ich die Mine ausgeschaltet Oder eine von zweien Ich hab keine mehr Vorsicht, 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 Vorsicht Vorsicht, Vorsicht Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Nein, 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 nein Ich werde erwischt Er löst sie aus Ich werde erwischt Holy Shit Verdammt nochmal Was war das denn? Ah, ist geil Ist geil Läuft, läuft, läuft Gut Okay, jetzt hab ich Oh, okay Ich beschwere mich nicht Nein Wieso schießen die Das ist nicht aufregend Fällt mir wirklich schwer Aber ich arbeite dran Auf einen Feind Der nicht da war Panik, Alter Warum? Warum? Weil, meine Leute Lauf die durch Diesen verdammten Korridor Durch den beschissenen Raum Denkst du, einer Saved by dieses Nebenzimmer? Oh, Alter Ich krieg jetzt nur noch Die Schnauze Und mich verarschen Nein Ey, du Camper Ich will mich nicht aufregen Hab ich gesagt Oder? Ich will mich nicht aufregen Aber was ist das für Eine hinterprotzige Art Das sind dann Die sogenannten Pro-Gamer Immer so In der Ecke hocken Bloß nicht rauskommen Und dann Den besten Schuss Abwarten Aber das sind Pro-Gamer Okay, mal gucken Ob ich mich fertig mache Ey, warum? Warum macht ihr Diesen scheiß Animationskill nicht? Ich war weit genug hinten Wie, weißt du nicht? Doch, war ich Diese beschissenen Animationskill Dann setzt das doch Gleich beim ersten Mal um Mann, ey Ich hab gerade Kein Bock auf die Runde Und Sniper Und Sniper Ja, am Arsch Also das mit den Snipern Ist ein bisschen nervig Weil das Ich weiß noch Wie ammer ich jetzt eigentlich? Ich hab keine Ahnung Aber es macht gerade Kein Spaß What the hell Wo sind die? Okay Ah, sind sie mein Kill? Ja Na endlich Geht doch Nein, nein Ich sah nicht Ich sah nicht Ich sah wirklich nicht Komm, wir campen jetzt Komm, ihr wollt hierhin Ihr wollt mich Ihr wollt Ihr wollt euch rechnen Dass ich euch wegrotze Bist du bescheuert? Ey, ich hab kein Thermalvisier oder so Ich sehe nicht CIA, wir haben fast Keine Zeit mehr Oh Entschuldigung Ich freue mich Dass ich mit der Mine Wegrotze Oder weghole Und der Nächst Kommt um die Ecke Ist das nicht wahr? Bitte Autorisierung Für Luftpatrouille Jetzt da war niemand Doch Nee Jo, danke Nee, wir hatten auch keine Abmaus Okay 22 zu 15 Das ist sogar richtig gut Ich danke fürs Zusehen Ich wünsche euch einen schönen Tag Einen guten Morgen Und ein noch besserer Ich bin nicht mit raus Okay